einen schönen guten tag mein name ist 99 und ich zeige euch das operation plank stand event so ja dies event findet man auf eideron und man geht halt in cetus zu konsul und startet man das soja dann startet man hat das event hat weil nämlich so eine art befallene mit ruiden ist auf eideron abgestürzt und dort verbreiten dann überall halt diese befallenen praktisch ihr angst und schreckung angst und schrecken halt über eideron und über cetus hinaus so und so dann einmal hier befall station my uncle in moon sold minerals abort am market near eres quite popular with deep system traders at least it was they were broadsided by one of these boils it spread fast they could have run risk taking it with them instead they turned off life support and blew out escape pods decades later it's still orbits eros writhing one voice repeating the same message over and over we are death leave us and do not look back my uncle's voice fail here tenno and that will be the fate of cities to be a warning for the living from a place where none mit red dork times killer in times we must aufträge gehen okay was haben wir da okay gut ist auch schon wieder da naja alles klar plagenstern steht von hexer tharax toxin mischt es und vergiftet damit das befallene geschwür das im zentrum der der altebenen wächst so dann würde ich mal sagen ab vorrei chop chop the infestation was beginning to think it would never touch us here that it was a thing that happened out there to others naiv I need you to take the hex toxin and kill the boil toxin erst mal stehlen dann ist zurecht mischen und dann zum ja dann zu den geschwür bringen wichtig ist natürlich dass man folgende toxine dabei hat den befallenen katalysator den kriegt man halt im dojo hat im biolabor und den eidolon phylaxis den kriegt man auf einer ja auf eidolon halt als ja als belohnung man hat genügend punkte gesammelt hat so dann würde ich mal sagen mal jetzt kommt die frage ist phase 1 ok als erstes ist erstmal diesen kanister zu finden die frage ist so 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 Keine Ahnung, da war ich. Oh! Oh! The mixer is inside that vault. The area so we can use it. There is a little shuttle here. Let's run. Oh, what is that going on? Ah. Oh, man. Dass derjenige dann plötzlich rausfliegt oder so, kann ich ja nichts dafür. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Oh, ich hab den Kanister. Ah, perfekt. Auch gut. So. Dann würde ich mal sagen, man wartet sich mal auf die anderen beiden. Oh! 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 Meins. Nummer zwei. Perfekt. So. So, dann... So, einmal rein. Und dann, äh... Ich hoffe, ich habe auch noch welche rein. Nein, nicht. Ich packe nur die Rest rein. Oh! 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 The Grineer will do anything to destroy the Mixer. Stop them. I can't do anything to destroy the Mixer. Stop it. That's a good enemy. It's not the enemy at all. Yeah, I can't do it. Oh, my God. Oh, my God... Oh, my God. The Mixer needs more time. We're near at bay. It's ready. Now make that boil hurt, Doka! A Grineer drone will serve as an optimal delivery system. I've worked one on your map. Let's go to a Grineer drone. I still have this load music in between. Ah, yes. I've got this spot in the back. Drone located. Hack in and insert the Thrax toxin. I'll steer it toward Voil. Like all parents, I want a future for my children. As long as that future involves dead Tenno-Megans. Let's go. Instead of living. Go away from that. Let's go. 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 Das war's für heute. Ah, noch 400 Meter noch. Ah, sieht man hinten schon mal diesen dicken, äh, ja, dieses dicke Geschwür. Ah, das war's für heute. 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 Ich hab mal gefragt, ob das Sekt hat, die ganz zugefallen. Das ist ein Hemocyte. Der Produkt des Boil, der versucht zu kämpfen, den Traxen zu kämpfen. Die Böden, um die Infestation zu stärken. Das ist ein Hemocyte. Tenno-Megans, Sie versuchen, diese Rats zu schützen, aber Sie verlieren und verlieren! Das ist ein Hemmer. Das ist ein Hemmer. I'm trying to pop its glistening magnificence, but she just made it angry. Das war's für heute. da geht doch nicht um den Fokus zu holen, das ist mir zu kritisch. Die sind fertig. Die sind noch ein paar von den Böden. Was? Die Peno-Maggots, Sie versuchen diese Rats zu schützen, aber Sie verlieren, und verlieren! Die Peno-Maggots, Sie verlieren! Die Peno-Maggots, Sie versuchen diese Rats zu schützen, aber Sie verlieren, und verlieren! Die Peno-Maggots, Sie 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 verlieren! Pop! Es ist glistening, Magnificenz. Aber du hast ihn nur Angst. Na, du hast eine Reaktion. Hier ist ein Haus, und Graf ist smart. Wundern, was das? Wundern, wundern! Wundern, wundern! Wundern, wundern! Wundern, wundern! Anno-maggots! You tried to protect these rats... But you failed... AND FAIL! Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Und was ist das? Das ist ein Wettbewerb. Ohne, Magids! Wir versuchen zu schützen diesen Wettbewerb. Aber Sie haben nicht verloren. Und die Wettbewerb! Oh, hier kann ich nicht mehr verstanden. Die hängen eigentlich nicht alle. Ja, je näher man sich hier diesen, äh, je näher man sich nähert, umso mehr Schaden kriegt man. Deswegen gehe ich auch dort lieber in den Hop Rater rein, also mach mich da unsichtbar und krieg somit keinen Schaden mehr, wie ich es erleben soll. Du hast diese Schaden versucht, zu schützen, aber du wirst nicht! Und wirst nicht! Na, du hast eine Reaktion. Hier ist ein Haus und halb ist so smart. Mach es auf die Hände, ey! So, letzte Runde! Boah! Da hängt er noch mit rein. Trennt Pop! Es glistening! Magnificenz! Aber du hast es geschafft! Aber du hast es geschafft! Was, was du wirklich? Du hast es geschafft! Ja! You tried to protect these rats, but you failed and fail! You failed to destroy them! Tried to pop! Its glistening magnificence! But you just made it angry! Huh? Bulls! Tried to pop! This glistening magnificence! Of what you just made it angry! I'm taking it under. I'm taking it! I'm taking it under. I'm taking it under. I think it is going to be a sizable town. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Was ist das? 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 Oh, das ist das? Oh, das war's. Oh. Das war's. Oh. Ich weiß, was das ist so. Oh. Du gehst in den Traum! Während diesen dunklen Nachts ist Cetus für deine Hilfe. NAKAK wird dich verabschiedet, bis wir dies verletzen. Du siehst. Nein! 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 Wir sind ja so gut wie durch. Einfach nur zurück zum Ausgang. Meine Güte, nein. War das wieder eine schwere Geburt. Nein! Und Pigment? Dann schlägt die Mausgang. Zack! So! Ich bin mal gespannt, was ich da alles bekommen habe. Das letzte Mal noch Cetus Ehrlicht, aber von den Jäger-Mods her. Mal schauen. Okay. Jäger-Fährte. Jäger-Synergie. Zweimal. Okay. Jäger-Genesung. Ah, perfekt. Cetus Ehrlicht. Neorelikt. Naramon-Linse. Und... Opa! So! Dann würde ich mal einmal die Gruppe mal verlassen hier. Aber jetzt ist auch die Musik weg. Hahaha. Ja, tut mir leid wegen dem kleinen Musik-Bug. So, und wenn ihr halt die Mission praktisch erledigt habt, dann bekommt man halt noch Operationspunkte halt. Und die kann man halt bei den Nackack einlösen halt. Auf aktiven Vorräte. Und da kann man halt Phosphor-Blau und Phosphor-Rad, wahrscheinlich Rot, sonst heißen. Äh, äh, so. Dann Planckstern, äh, Emblem. Dann Cetus Ehrlicht. Da kann man bei den kaufen dann halt. Äh, Radiat-Essentierung. Oder halt Herz-Nymph. Das sind Edelsteine, die sehr selten sind. Ja, man kann halt seltene, äh, hier seltene Materialien kaufen halt, bei denen. Oder halt die Mod-Itonation, Aufopferung, fertiggebaute Formas. Dann halt die Eidolon, äh, Phylaxis, äh, Blaupause, die auch wieder verwendbar ist. Snipe-Tron, äh, Blaupause, Äther-Dolch, äh, Blaupause. Und dann halt Exodia, äh, Infektions-Blaupause und Exodia Epidemie-Blaupause. Das sind halt für die Zar-Waffen. Speziell Arcanus. Und dann noch, kann man noch diese, äh, Plage-Aki-Blaupause, äh, Ke-War, äh, Ke-War-War-War-Bogbin und, äh, Krifat-Blaupause. Das sind halt diese, äh, befallenen Zar-Waffen-Bauteile auch noch bei denen kriegen. So, das war's dann auch wieder auf das Erste. Trotz mit dem kleinen Musik-Back, den ich hatte. Naja, äh, ich hoffe, der Stream hat euch gefallen und ich wünsche euch das noch. Bis bald!